Hallo, ich begrüße euch. Ich esse heute das schärfte, äh nicht das schärfte, das sauerste, das sauerste, ähm, Pumfer der Welt. Hier so sieht es aus. Mit so einem Röhrchen. Jetzt mach ich ein wenig auf die Hand. Seht ihr? Ich muss viel mehr machen. Der ist jetzt auch spannender. Hier seht ihr, so viel habe ich hier. Und das ist richtig sauer. Okay, ich glaube ich habe das recht. Seht ihr das? Und das sehe ich jetzt. Dumm. Das ist, das ist richtig sauer. Ja. Okay, ciao Leute. Ah, mein Gott. Ah.